Bist du glücklich gegen ihn? Wir sind jetzt in der Rock Hall angekommen, wo wir heute mit Enta im Blech spielen und ich zeig euch mal ein bisschen die Halle-Kurse. Das ist die Halle! Also hier vor uns hat quasi gestern Bob Düggen. Kennt ihr Bob Düggen? Also eigentlich heißt er Bob Düggen. Kommt aus der Türkei. Bob Düggen. Unser Bandbus. Fähren Bandbus. Unser Bandbus. Fähren Bandbus. Bist du ein wenig nervös oder was schauts aus? Alter. Um die Gesamtsituation jetzt hier mal zusammen zu machen. Mann, ich bin ein Scheiß-Nerwerks. ein, zwei, eins, zwei, drei, vier! Ich klau dir deine Beine. Zieh dich aus dem Stroh! Ich klau dir deine Beine.